mann mal leute was geht damit herzlich willkommen zu einer neuen folge man gibt den ersten wollen haben wir weiter gemacht ist einmal gestorben weil wir da untergefallen sind ja ich hoffe es passiert nicht noch mal so oft würde ich sagen ja mal weiter damit die hälfte der plattform fertig am ende der folge haben gas gehört ich möchte gerade nicht mehr 1 2 3 4 gespawnt ich frage mich wann die ersten picken ganz kommen so und so 3,4 Ja, den hast du halt jetzt gerade nicht mehr also ja weg ist er 1,2,3,4 1,2,3,4 naja ok Granit 1,2,3,4 1,2,3,4 zack also hier ist er gesagt so die RIP kommt jetzt sehr schön 1,2,3 1,2,4 hier muss ich helfen so was ist das das ist das zum Beispiel mein gespawnt also die Farm würde so funktionieren schon wir brauchen halt wir brauchen halt nur sie ein bisschen effektiv haben nein ich hab so oh man als ob ey als ob muss das sein jetzt hab ich nicht shift durchgehalten man scheiße fail so siehst du bevor ich wieder jetzt doppelt gehe hier könnte ich auch eigentlich mal noch mehr Steine mitnehmen dann muss ich noch nicht wieder zurück nehme ich mal noch das hier mit so dann sind wir auch noch Steine so war ja so klar wieder zweimal sind wir heute schon gestorben manometer gut letzte mal war gestern wir sind zweimal heute gestorben aber das letzte mal war gestern alles klar sinnvoller Satz auf Doom ja so ist das halt mit den sinnvollen Sätzen also heute am Aufnahmetag ist das passiert gestern was folgend angeht ist das passiert so kann man es eigentlich sagen gut einmal wieder hoch hier 20 Jahre später ja ok zack 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 ok da sind unsere Sachen ok mehr hatten wir nicht Leute ok gut dann nehmen wir wieder so und laufen wir hoch das sieht wirklich interessant aus der Bau ist aber nicht interessant so ich hoffe da sind jetzt noch nicht allzu viele Zombie Pigments die uns jetzt am Bau hindern das ist ja blöde so wir dürfen die ja nicht mal angreifen da hinten ist einer da ist noch einer ok ich laufe nicht weiter wir machen jetzt dieses Viertel 1,2,3,4 oh scheiße ich habe 4 gemacht scheiße ja sowas aber auch so so jetzt machen wir mal so und 1,2,3 so das ist nämlich gleich fertig hier ok ok würde ich sagen so dann werden wir jetzt das wieder füllen das braucht wieder viel Stein das braucht wieder viel Stein das ist ja das ist ein kotz das ist ein kotz bauen wir haben jetzt noch ein vierer das anscheinend ist zu bauen So, okay. Nein, 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 nein. Scheiße, das ist ein Garst. Da ist der Garst weg. Jetzt hat er geploppt so. Ein Gunloader und ein bisschen XP. Okay. Da ist mir recht. Wichtig ist, dass er hier nicht auf explodiert. Das wäre blöd. So, jetzt wird es irgendwie eine verpackte Lichtquelle. By the way. Oh, da ist Bonnie Pigments. So. Okay. Und weiter. Oh, hier spawnen jetzt richtig viele Pigments. Alter. Ich bin noch nicht fertig mit der Farben. Was verlangt ihr denn hier von mir? Zumindest greifen einem die Pigments nicht an. Zumindest wenn man wahnsinnig angreift. Okay. Okay. So. Und weiter. Wir sind bald auch noch Glöcke. Scheiße. So. Dann haben wir noch die Erde. Mit dir alles. Dann haben wir Problem. gehen. So. Zack. Und zack. Oh, das ist ja. So. Ja. Und. 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 етыr. Und. Teile. So, und den auch noch. Ja, ein ganz bisschen haben wir noch. Aber es reicht niemals für das ganze Viertel, ja. So, pass mal auf. So. Und damit ist das nächste Viertel hier fertig. Drei Viertel ist die Mordfarm dann damit fertig. So, eins, äh, eins, zwei, drei, so. So, wir machen dann mal den Rest. Weil dann gleich unsere Steine alle. Scheiße. Das ist nicht gut. So, pass mal auf. Eins, zwei, drei, vier. Okay, damit ist unser gesamter Steinvorrat alle. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also, wir haben echt alles auch gebraucht. Fahre ich alles durchs Tripmine hier? Das habe ich echt nicht erwartet. Hm. Ist auch nichts mehr dran. Muss mal gucken, was ich noch zu finden alles. Das sieht sehr interessant aus. Immer noch. So, cool, geht noch fünf Minuten. Alles klar. Kriegen wir hin. So. Und so. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Das ist alles auch gebraucht, ja. Wir haben halt noch ein bisschen Erde. Ich würde sagen, wir verbrauchen jetzt die Erde, oder? Also, es war echt gröpig hier, gröpig gehört auch hierhin. Ja. Ich glaube, wir verbrauchen jetzt die Erde. Wenn das nicht ausreicht, dann müssen wir fahren gehen. Naja. Dann ist es so. Okay. Ich greife die wirklich nicht an, weil sonst wird das, glaube ich, ein bisschen... Wehtun. Was Leben angeht. Und sterben. Aua. Okay. Zack, zack. Yo. Diesmal hat es nicht geklappt. Okay. Ja, es hat geklappt. Der Bug. Gut. Gut. Alter, was habe ich mir da nur ausgedacht, ey. So, das letzte Fall. Werden wir aber heute nicht mehr schaffen. Aber es könnte sein, dass wir vielleicht die Pigman-Farm nächste Folge schon fertig kriegen. Wobei die nächste Folge dann immer nächste Folge. Und das dann so schnell geht, habe ich da nicht erwartet. So, pass mal auf. So, pass mal auf. So, hier hin. Ich sage immer, pass mal auf. Aber wer soll hier aufpassen? Jetzt bauen wir hier schon mit Erde. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Warte, eins. Zwei, drei, vier. Genau. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ja. 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 Müssten wir ja gleich am Ende angekommen sein. Sehr gut. Die Folge ist jetzt nämlich vorbei. Das Ganze werden wir nächste Folge fortführen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.